Hola, ich schicke euch heute mal ein Video aus Santa Cruz. Ich bin heute am 30. Dezember, es ist 13 Uhr in Santa Cruz und ich stehe genau auf diesem Platz zwischen Liveria, dem Einkaufszentrum, dem Kleinen und das El Corte Ingles. Genau hier bin ich heute. Wir haben einen blauen Himmel, die Sonne scheint, das sind bestimmt wieder mal 23, 24 Grad und die Leute pushen von einem Geschäft in das andere Geschäft. Natürlich unter Hygienebedingungen und Corona-Bedingungen. Das heißt so ein Einkaufszentrum, da steht meistens jemand davor, der mit so einer Tickeruhr die Personenzahl berechnet und ja, es dürfen so und so für Leute rein und da muss man eben gegebenenfalls auch draußen erstmal stehen und warten, dass man in das Einkaufszentrum kann.